Davon träume ich schon mein ganzes Leben. Magellans Gold. Das ist der größte Schatz, der nie gefunden wurde. 5 Milliarden, locker. Wann legen wir los? Steck dir das hier ins Ohr. Hallo? Hallo. Ich kann dich hören, ich sitze direkt neben dir. Dein Bruder glaubte, es gibt dein letztes Puzzlestück. Wie, du kennst meinen Bruder Sam? Was verschweigst du mir sonst noch? Du hast keine Ahnung, wer dein Partner ist. Sally! Mach schon! Es dauert etwas länger, als ich dachte, Kleiner. Wir machen 50-50, oder? 50-50? Du kriegst 10%, das ist noch großzügig. Wow. Suchen wir nach Fallschirm. Was? Der beste Weg, um aus dem Flugzeug zu springen. Oh Gott! Oh mein Gott, tut mir echt leid! Oh verdammt! Ernsthaft? Vor 500 Jahren fand meine Familie sie den Schatz. Und wurde betrogen. So viel Blut. Du machst das super, Kleiner. Es ist noch nicht vorbei. Hey, bist du noch bei mir? Alle so! Und was ist mit der Katze? Die ist nur für dich. Was? Ich hatte das Gefühl, dein Leben ist super traurig. Nein, 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 das behalte ich nicht, das Ding. Ich hab dich nicht zu! Wo ist es dir erlebt. Dasesti geht. DANGs damit in der Katze. Nachsch transaction. Ich hätte die Katze nicht zu. T peso, du bist Present. Du schります mit 5. und einmal. Bis zum nächsten Mal.